Hallo und herzlich willkommen im Keller. Dieses Video richtet sich jetzt insbesondere an jüngere Zuschauer oder auch solche, die eigentlich normalerweise gar nicht groß bei mir zugucken, sondern im Prinzip bloß Fragen zum Vorstudium haben und dieses Video vielleicht eventuell über die Suchfunktion gefunden haben. Denn ich werde das sehr oft gefragt, wie ist das mit dem Studium und so weiter und so fort, was muss ich denn da beachten und vor allen Dingen, wie stehen denn die Berufschancen und wenn ich dieses oder jenes werden möchte, was genau soll ich denn dann am besten studieren und so weiter und so fort. Und da ich ja damit jetzt so einen gewissen Überblick habe über das, was wohl die meisten von euch interessieren dürfte, habe ich gedacht, ich mache jetzt noch mal ein neues, bisschen neutraleres Video zu dem Thema, bei dem ich hoffentlich nicht auf den Deckel bekomme. Ich möchte aber trotzdem vorher noch mal darauf hinweisen, es ist selbstverständlich alles bloß meine Meinung. Ich kann halt eben schlecht eine andere als meine wiedergeben und die Frage, ob man jetzt nun vorstudieren soll oder nicht, die ist halt eben nun mal kontrovers. Der eine ist vielleicht ein bisschen optimistischer gestimmt und wird sagen, ja, ja, klar, auf jeden Fall, jetzt ist genau der richtige Moment. Der andere wird vielleicht ein wenig pessimistischer gestimmt sein und sagen, oh Gott, nein, was das bloß sein, studiere lieber BWL oder Informatik oder Elektrotechnik. Elektrotechnik ist, glaube ich, derzeit so einer der Studiengänge, die am ehesten eine Jobgarantie mitbringen, eben wegen der Elektroautos, die jetzt immer mehr eine Rolle spielen. Also für wen das eine Option darstellt, könnte das ja vielleicht eine gewisse Rolle spielen. Gut, aber wie gesagt, bitte mir nicht übernehmen, wenn ich eine andere Meinung habe als die geschätzten Kollegen, die dieses Video vielleicht eventuell auch entdecken. Kann ich halt nicht anders machen, als nur mit meiner Meinung argumentieren. Ich habe auch keine Zeit, vorher die Meinung von ganz vielen geschätzten Kollegen einzuholen, bis wir einen großen Konsens finden, den wir dann den jungen angehenden Förstern oder Forstwissenschaftlern mit auf den Weg geben können. Wenn ihr, liebe geschätzten Kollegen, da in dieser Hinsicht irgendwie eine großartige Idee habt, wie man das machen kann oder es da eine entsprechende Seite gibt, die ich nicht kenne, die das alles wunderbar aufschlüsselt, dann bin ich für einen entsprechenden Link in der Videobeschreibung mit der Kommentarfunktion unter diesem Video. Wunderbar, sehr gewaltig, dankbar und werde das auch entsprechend weiterleiten. Aber solange ich halt eben nur meine eigene Meinung habe, müssen wir mit der Vorlieb nehmen und das bedeutet, ich lege jetzt auch los. Zwar fragt mich das in der Regel niemand, aber es ist mir trotzdem wichtig, vorher nochmal so einen kleinen Disclaimer einzubauen zu der Frage, ob man denn überhaupt studieren sollte. Vorstudium sowohl an der Hochschule als auch an der Universität, was da die jeweiligen Unterschiede sind, da kommen wir dann gleich noch dazu, das würde ich als mittelschwer einordnen. Soll heißen, jeder, der ein einigermaßen brauchbares Gehirn auf seinen Schultern trägt, noch möglichst mit einem ansehnlichen Kopf drum herum, der sollte mit entsprechendem Fleiß in der Lage sein, dieses Studium irgendwie so weit hinzukriegen, dass er am Ende damit was anfangen kann. So, mal ganz vorsichtig formuliert. Das bedeutet aber, wenn euch weniger als ein durchschnittliches Gehirn und überhaupt kein Fleiß zur Verfügung steht, dann wäre die Frage, soll ich überhaupt studieren einen durchschnittlichen Studiengang, von der Schwierigkeit her, mit Nein zu beantworten. Dann ist halt eben ein Studium nicht das Richtige für euch. Und jetzt ist es wichtig und wirklich was, was zu wenig gesagt wird in dieser Gesellschaft, wie ich finde, es ist überhaupt keine Schande, mich studiert zu haben. Und im Gegenteil, ich verneige mich voller Ehrfurcht vor jedem gescheiten Handwerker, der das, was er da entsprechend tut, gelernt hat und, keine Ahnung, meinetwegen meine Spüle repariert, von der ich keinen Schimmer habe, wie die funktioniert. Ich bin da völlig ahnungslos und immer begeistert, was zum Beispiel der Kfz-Mechaniker über mein Auto weiß, von dem ich keine Ahnung habe, wenn ich das mal wieder in die Werkstatt bringe. Oder generell, also bei all solchen technischen Fragestellungen, ich persönlich, zum Beispiel mein Teil, habe da überhaupt keine Ahnung von. In meinem Fall war es tatsächlich so, dass ich keinerlei andere Talente besitze und eigentlich ein Studium demzufolge die einzige Möglichkeit gewesen ist, mit den Sachen, die ich kann, nämlich so ein bisschen geistigen Krempel im gröberen Zusammenhang irgendwie was anfangen zu können. Also da eben körperliche, handwerkliche, geschicklichkeitsbedingte, feinmotorische und ähnliche Dinge völlig fehlen. Das wäre also jetzt nur die eine Sache, die man noch dazu sagen muss. Und jetzt gibt es noch eine andere Sache, die man noch dazu sagen muss, bevor man ein Vorstudium beginnt. Denn viele forstliche Studiengänge sind zulassungsfrei. Heißt, man kann die studieren mit beliebigen Abi. Das bedeutet, dass da auch immer wirklich ein großer Prozentsatz an Leuten aufschlägt, die sich gedacht haben, ach ja, dann studiere ich halt mal Forst. Weil mit ihrem Abi können sie unter Umständen auch gar nicht großartig das studieren, was sie vielleicht ursprünglich mal studieren wollten. Und Forst ist dann nur eine Notlösung. Wenn euch also klar sein sollte, dass ihr nur überlegt, Forst zu studieren, weil ihr eine Notlösung braucht, dann lasst es sein, weil dann wird es auf jeden Fall nichts für euch sein. Ihr werdet relativ schnell da wieder rausfliegen und rausgeprüft werden. Nur weil das Studium zulassungsfrei ist, ist es nicht einfach. Das ist auch so ein allgemein oft gemachter Fehler und eine falsche Annahme, dass junge Menschen nach dem Abi eben denken, okay, die zulassungsbeschränkten Studiengänge sind saumäßig schwierig und die, die zulassungsfrei sind, die sind ganz einfach. Das stimmt nicht. Das kann so sein, das muss aber wirklich überhaupt nicht. Es ist nur so, man braucht dann eine 1-0, um irgendwas zu studieren, was unglaublich beliebt ist. Sprich, Medizin wollen ganz, 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 ganz viele Leute machen. Es gibt aber nur relativ wenig Stellen und deshalb ergibt sich dann eben so ein 1-0-Numerus Klausus, den man dann da haben muss. Dann nimmt man halt eben nur die Besten. Deswegen ist Medizin trotzdem nicht der allerschwerste Studiengang aller Zeiten. Es ist auf jeden Fall ein schwerer, so gesehen ist das jetzt vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel. Aber nehmen wir mal Psychologie. Da weiß ich von einer Psychologin, die ich kenne, dass die auch mit einem mittelprächtigen Abi und etwas Fleiß keine großen Schwierigkeiten hatte, diesen Studiengang zu meistern, obwohl da normalerweise eben jede Menge 1-0-Abiturientinnen und Abiturienten drin hocken, weil das halt auch wieder was Beliebtes ist, was jeder studieren will. Es aber nur wenig Plätze gibt. Sie ist dadurch reingekommen, indem sie eben lang genug gewartet hat und vorher noch eine Ausbildung gemacht hatte. Also das nur mal so als anderes Beispiel. Und ja, also fällt nicht darauf ein, zu denken, Forst wäre super einfach, nur weil keine Zulassungsbeschränkung drauf ist. Und es ist generell einfach eine Verschwendung eurer Zeit, wenn ihr irgendwas studieren wollt. Einfach nur, weil ihr es könnt und euch nichts Besseres einfällt. Gerade im Forstsektor ist es wichtig, finde ich, eine gewisse Begeisterung für die Thematik mitzubringen. Sonst kann man es eigentlich auch sein lassen. Und ich würde auch so weit gehen, dass ich ganz ehrlich, nichts mit Leuten zu tun haben möchte im Forstsektor, die den Wald gar nicht wirklich mögen. Die gibt es, die gibt es heute, die gibt es auch wahrscheinlich morgen noch und die wird es auch später wahrscheinlich immer noch geben, weil man wusste halt ums Verrecken nicht, was man denn jetzt nun tun soll mit seinem Leben und hat sich dann halt in Gott sei Dank für ein Forststudium entschieden. Und weil man keinen Bock hatte auf irgendeine Alternative, hat man es halt trotzdem durchgezogen. Ja, deswegen ist man dann kein schlechter Mensch und selbstverständlich sollte man dann versuchen, irgendwie das Beste daraus zu machen. Aber solltet ihr das halt vorher schon merken, dass es auf sowas möglicherweise hinauslaufen könnte, schön selbst reflektieren bitte. Dann lasst es sein, studiert ihr irgendwas anderes, was euch eher liegt oder studiert ihr eben nicht. Also grundsätzlich, man kann es nicht oft genug sagen, wir sind inzwischen ein Volk von jede Menge Häuptlinge und ganz, ganz wenigen Indianern geworden. Ein paar mehr Indianer auf dieser Welt würde überhaupt nichts schaden, weil die ganzen Häuptlinge sich untereinander dann auch wieder nur die Köpfe einschlagen und irgendwann keiner mehr eine Ahnung hat, wie man zum Geier eigentlich einen Schrank zusammenschrauben soll, selbst wenn der von Ikea ist. Also das so als allgemeines Statement vorneweg, wer entsprechende Begabungen hat im Bereich außerhalb der akademischen Weihe und all so im Schwachsinn, was heutzutage wirklich auch mit ganz, 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 ganz viel vor sich zu genießen ist und auch akademische Titel und ähnliches heutzutage auch durchaus nicht mehr, finde ich, so viel wert sind, wie sie es früher waren. Also sprich, wer jetzt alt ist und sich Professor schimpft, der tut das definitiv zu Recht in aller, aller, allermeisten Fällen. Ich kenne zumindest keine Ausnahme. Doch eine. Aber wer heutzutage einen akademischen Abschluss macht, der kann unglaublich viel Ahnung von seinem Fachgebiet haben, der kann aber auch unglaublich gut im Prüfungsschreiben gewesen sein, ohne irgendwas von seinem Fachgebiet letztendlich verstanden zu haben. Diese Option gibt es auch. Man kommt so durch das System, wenn man entsprechende Fähigkeiten in dieser Hinsicht besitzt. Daran kann das System jetzt derzeit gerade wenig ändern und diejenigen, die in dem System Hocken und entsprechende Hochschullehrerinnen und Lehrer sind, können daran auch nichts ändern. Das soll in keinster Weise also irgendwie ein Vorwurf an irgendeinem Studiengang, den es da draußen gibt, sein. Es ist höchstens ein Vorwurf am Bachelor-Master-System, also am Bologna-Prozess, in dem das ganze Zeug entstanden ist. Daran ist es definitiv ein Vorwurf, aber daran können wir auch kurzfristig nichts ändern und dieses Video ist ja nicht dafür gedacht, die komplette Hochschullandschaft zu reformieren und daran rumzustänkern, was ich in meinem Leben schon viel getan habe und auch noch viel tun werde und vielleicht auch mal ein eigenes Video dazu machen werde, aber jetzt nicht hier. So, wenn ihr euch das jetzt schon mal angehört habt, habt ihr jetzt eine gewisse Grundvoraussetzung für ein Studium allerdings schon mal mitgebracht, nämlich, ihr könnt euch lange Monologe anhören. Es ist generell eine gute Eigenschaft, wenn man studieren möchte, dass man dazu in der Lage ist. So, ähm, jetzt starten wir also mal ein fiktives forstliches Studium. Wir sind jetzt ein, sagen wir mal, 19-Jähriger, heutzutage ein 17-jähriger Mensch, der gerade sein Abitur hinter sich hat und jetzt eine großartige Karriere anstrebt. Solltet ihr tatsächlich ein wirklich 17-Jähriger Mensch sein, dann macht verdammt nochmal irgendwas anderes, bevor ihr anfangt zu studieren. Macht ein freiwilliges soziales Jahr, ein freiwilliges ökologisches Jahr, einen Bundesfreiwilligendienst, geht irgendwo ins Ausland zu irgendeinem, was weiß ich was, Auslandsdienst. Ähm, macht ein Jahr Work and Travel in Australien oder Neuseeland, wo eh jeder Depp hingeht. Ihr könnt auch mal theoretisch in ein anderes Land hingehen, wo nicht jeder Depp hingeht. Wie wäre es denn mal mit einem osteuropäischen Land zum Beispiel? Das wäre doch mal auch eine ganz gute Alternative, ist auch relativ günstig. Ähm, oder geht gerne wegen mir auch zur Bundeswehr. Ich kann da eigentlich nicht berichten, dass mir das irgendwas geschadet hat, war eigentlich eine ganz coole Zeit rückwirkend. Ähm, auch das durchaus eine Option. Aber, das wäre nochmal ein wesentlicher Hinweis, den ich wirklich nur jedem wärmstens ans Herz legen kann, der ein sehr junger Mensch ist und jetzt ein Abitur hat und jetzt möglicherweise studieren will, macht noch was vorher. Macht auch gerne zwei Jahre noch was vorher. Sammelt Lebenserfahrung. An den Hochschulen kriegt ihr zwar auch welche, aber nicht diejenige, die euer Arbeitgeber dann hinterher von euch erwartet. Also, das ist wirklich was wert. Da lernt man richtig, richtig, richtig was fürs Leben und auf die zwei Jahre kommt es auch nicht an. Gerade im Bereich vom Forst ist es nicht so wichtig, wie vielleicht im BWL zum Beispiel oder in keine Ahnung welchem Bereich, dass man unglaublich jung ist, wenn man seinen Abschluss macht. Da wird wirklich im Forstbereich noch eher ein Auge zugedrückt als irgendwo anders und ich habe noch von keinem großen wichtigen Menschen, der für Personaleinstellungen in forstlichen Berufen zuständig ist, gehört, dass er Wert drauf legt, dass seine Bewerber unglaublich jung sind. Mit 40 sollte man vielleicht auch nicht zum ersten Mal fertig werden, aber man braucht auch nicht erst 21 sein oder gar 20. Das gibt es teilweise sogar auch in so ganz, 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 ganz krassen Fällen. Das muss wirklich nicht sein. Seid ruhig 23, seit 24, seit 25, wenn ihr mit eurem Studium fertig seid. Ihr könnt auch noch 26 oder 27 oder 30 sein. Bis dahin ist das alles jetzt noch kein nennenswert großer, riesiger Nachteil. Grundsätzlich gibt es auch jede Menge Quereinsteiger in den forstlichen Studiengängen, die vorher noch was anderes gemacht haben. Da seid ihr also auch nicht alleine. Wer also über sowas nachdenkt, da habe ich auch entsprechende Fragen bekommen, obwohl er jetzt schon was anderes gelernt hat und so weiter und so fort und jetzt plötzlich seine Liebe zum Wald entdeckt hat, dann ist generell ein Forststudium auf jeden Fall noch eine Möglichkeit. Und wichtig, wer seine Liebe zum Wald entdeckt hat, für den würde ich auch wärmstens jederzeit ein Vorstudium empfehlen. Auch wenn es vielleicht aus beruflichem Sinn, Zweckgründen nicht die aller, aller, aller intelligenteste Variante zu sein scheint. Wenn da Leidenschaft dabei ist und Begeisterung am Wald, dann macht's verflucht nochmal. Also ich kann nur bestätigen, dass das auf jeden Fall eine gute Idee ist und man genießt die Zeit richtig, wenn man mit eben entsprechendem Elan dabei ist. Das ist eine tolle Zeit. All dieses Wissen, was man sich aufsaugen kann, die Vorlesungen kann man richtig genießen. Exkursionen sind ein Hochgenuss noch und nöcher. Und das ist wirklich wirklich ganz, 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 ganz Großartiges. Und selbst solltet ihr Arbeitslosigkeit studiert haben, dann habt ihr trotzdem eine unglaublich tolle Zeit gehabt im entsprechenden Studium und wisst jetzt jede Menge Zeug über den Wald und könnt euch daraus ein unglaublich erfüllendes Hobby theoretisch zusammenbasteln. Wenn ihr der Typ für seid. Ja. Aber nur eben für die Leute, die darüber nachdenken, jetzt trotzdem, auch wenn es vielleicht ein bisschen eine blöde Idee ist, aus Leidenschaft und aus Überzeugung noch ein Vorstudium anzufangen, dann macht es. So. Und das wäre die Motivationsrede gewesen. Und jetzt können wir mal ein bisschen die Motivation wieder kaputt machen. Aber erst mal sagen wir mal, was denn überhaupt für Studiengänge gibt. Grundsätzlich muss man unterscheiden von der Art der forstlichen Studiengänge zwischen Uni und Fachhochschule. Die jetzt heißt nicht mehr Fachhochschule, das spielt aber keine Rolle. Ich sage trotzdem Fachhochschule oder FH, damit ihr nicht hier durcheinander kommt. An der Uni lernt man ein sehr breites Wissensspektrum zu allen Teilgebieten des Waldes und kann dann damit theoretisch ein sehr breites Spektrum von allen möglichen Berufen, die in irgendeiner Form was mit dem Wald zu tun haben, ergreifen. So. An der Hochschule lernt man relativ eingeschränkt, also schon in einer breiten, in einem breiten Korridor eingeschränkt, aber man lernt eingeschränkt den Job des Försters letztendlich. Wenn ihr also sagt, ich will unbedingt alles über den Wald wissen, Uni. Wenn ihr sagt, ich will Förster werden, FH. Wenn ihr irgendwo da was dazwischen, dann müsst ihr halt gucken, was euch eher liegt. Wollt ihr primär eigentlich wahrscheinlich Förster werden, FH. Wollt ihr eventuell auch Förster werden, wenn es sich ergibt, aber generell wollt ihr was zum Wald wissen, Uni. Also so ungefähr da kann man da vorgehen. Nicht an irgendeiner Uni nachfragen, ob ihr denn mit dem Abschluss, den ihr da bekommt, auch Förster werden könnt. Dann sagen die nämlich, ja, ja, selbstverständlich. Ja, 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 ja. Würde ich auch sagen, wenn ich an der entsprechenden Uni arbeiten würde. Muss ich aber jetzt nicht sagen, weil tue ich ja nicht. Demzufolge sage ich euch, wie es ist. Klar erzählen die euch, dass ihr Studiengang ultimativ toll ist. Das gleiche gilt an der FH. Wenn man die fragt, kann ich denn danach auch noch irgendwie in die Wissenschaft? Ja, 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 selbstverständlich. Na klar. Auch die sagen das dann entsprechend. Aber Tatsache ist, und das sollte euch wirklich bewusst sein, und auf diese eine Sache, die lege ich wirklich Wert, dass ihr mir das bitte glaubt. Der Rest ist teilweise Auslegungssache, was ich hier so sage, insbesondere die Berufschancen. Das ist ganz arke Auslegungssache, ob man da jetzt nun dran glaubt, dass die gut sind oder dass die schlecht sind. Aber eine Sache ist wirklich Tatsache, und da habe ich wirklich jahrelang den Erstsemestern immer das erzählt, wenn sie mal wieder falscherweise bei uns angekommen sind an der Uni und eigentlich Förster werden wollten, dass sie dann doch nochmal bitte drüber zur FH wechseln sollen, sofern sie das noch irgendwie hinkriegen. Und die haben es letztendlich auch tatsächlich alle irgendwann mal gemacht. Und alle haben sie es nicht bereut und waren an der Uni eben nicht glücklich, wenn sie von vornherein schon wussten, dass sie einfach nur Förster werden wollen. Noch ein Punkt, weshalb man nicht an die Uni gehen sollte, wäre, wenn man nicht Theoretik, Theorie mag. Universitätsstudiengänge sind immer theorielastig. Das liegt in der Natur der Sache. Es gibt immer jede Menge grundsätzliche Hintergrundinformationen, die man für die Praxis, wenn man einfach nur im Wald Bäume umsägen und verkaufen möchte, nicht braucht. Die sind vielleicht hilfreich zu wissen, so nice to know mäßig, aber auf keinen Fall unbedingt notwendig. Was man an der Uni aber weniger bekommt als an der FH ist eben ganz praxisorientierte Tipps, wie entscheidest du, ob du Baum A oder Baum B absägst. An der Uni kriegt man dafür einen lang, lang, langen Vortrag und jede Menge Formeln und Mechanismen, wie man durch entsprechend empirische Untersuchungen herausfinden kann, welcher Baum letztendlich derjenige ist, der auch ökonomisch-ökologischer Sicht am sinnvollsten umzusägen ist. Das dauert dann gefühlt eine Stunde, bis man sich für einen Baum entschieden hat. Ein guter FH-Förster, der dann auch entsprechend draußen im Wald arbeiten sollte, weil er da nämlich keine Zeit hat, solche Untersuchungen anzustellen, der geht hin, sieht Bäume und weiß sofort, bam, der muss weg und hat Recht. Was ich da schon teilweise erlebt habe von entsprechenden Förstern im Gelände, wo ich dann da gestanden bin und mir Gedanken gemacht habe und Gedanken gemacht und dann kommt der Chef und rennt da durch, quasi wie Jesus über das Wasser, durch das Gehölz und zack, 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 zack und wählt da sämtliche Bäume aus und ist in gefühlten zehn Minuten fertig und ich mache den nächsten Hektar und brauche dafür gefühlte drei Stunden. Die Zeitangaben sind jetzt willkürlich. Aber für einen Hektar als blutiger Anfänger, also als Theoretiker, der Praxiserfahrungen wenig bis keine besitzt, da ist drei Stunden gar kein so unrealistischer Wert, während halt, wie gesagt, der Profi, der macht ihren Hektar in nicht zehn Minuten, aber locker in einer Stunde. Wenn es ein guter ist. Aber das kommt natürlich auch immer noch mal auf den Einzelfall an und so weiter und so fort, aber das halt einfach nur mal so als kleines Beispiel, ne? Der richtig gute, praxisorientierte Förster, der draußen einen super Job macht, den gibt es an der FH. Denjenigen, der alles über den Wald weiß und jede erdenkliche Frage beantworten kann, sofern es diesen Typen überhaupt gibt, dann gibt es ihn an der Uni. Das sind so die wesentlichen Unterschiede. Ansonsten muss man jetzt noch sagen, dass wir uns ja in einem Bachelor-Master-System befinden und logischerweise müsst ihr mit einem Bachelor anfangen, bevor ihr einen Master machen könnt. Wenn ihr ohnehin vorhabt, lange zu studieren und gerne einen Masterabschluss hättet und vielleicht auch darüber nachdenkt, noch einen Doktor zu machen, und dann müsst ihr unbedingt an die Uni. Wenn ihr vielleicht noch einen Master machen wollt, dann ist es nicht so wichtig, wo ihr hingeht, weil man kann auch mit dem FH-Abschluss sich auf einen Uni-Master bewerben. Das geht. Allerdings müsstet ihr dann einen guten FH-Abschluss haben, um bei einem Uni-Master zugelassen zu werden. Wenn ihr euch grundsätzlich nicht sicher seid, ob ihr mit dem Studium nicht vielleicht eventuell Probleme habt, aber gerne trotzdem auch einen Master machen würdet, dann seid ihr wieder an der Uni besser aufgehoben. Weil, solltet ihr den Bachelor verhunzen, weil ihr gerade Liebeskummer habt oder Durchfall bei den Prüfungen oder was auch immer, dann habt ihr nämlich immer noch die Möglichkeit, dass ihr mit einem verhunzten Bachelor den konsekutiven Master eurer Uni studieren könnt. Heißt, das ist der Master, der auf eurem Bachelor aufbaut. Und auch generell wäre das etwas, was ich empfehlen würde, den konsekutiven Master zu seinem jeweiligen Bachelor zu machen. Zwar gibt das System die Möglichkeit her, dass man da wild durcheinander würfelt, irgendeinen ganz, ganz anderen Bachelor mit einem ganz, ganz anderen Master kombiniert, da dann auch genommen wird und den dann auch studieren darf. Aber daraus resultiert ein riesiger Berg an Arbeit, weil man eben die Inhalte, die in dem jeweiligen Master besprochen werden, in seinem entsprechenden Bachelor unter Umständen noch nie gehört hat und ein gewisses Grundwissen dieser Inhalte aber in einem Master normalerweise vorausgesetzt wird. Deswegen, wenn ihr nicht unglaublich toll seid, dann könnt ihr das natürlich tun. Aber wenn ihr es nicht seid, dann lasst das sein und bleibt am besten gleich bei der einen Hochschule, für die ihr euch am Anfang entschieden habt, wenn ihr noch einen Master machen wollt. Ein Wechsel der Hochschule zwischendurch. Wie gesagt, man kann das machen, aber das ist mit großer Vorsicht zu genießen. Es machen auch nur ungefähr ein Drittel aller derjenigen, die dann noch einen Master machen, dass sie sich wirklich woanders hin bewerben und den Standort wechseln. So, und nachdem ich jetzt eine etwas längere Pause habe einlegen müssen, kann ich jetzt auch noch den Rest erzählen. Und zwar wollte ich mal so einen kleinen Überblick geben über mögliche Fächer, die es denn in einem Vorstudium da so geben kann. Das variiert natürlich von Hochschule zu Hochschule und von Uni zu Uni zum Teil durchaus ordentlich, aber potenziell mögliche Fächer, die es halt eben so gibt, deutschlandweit oder zumindest mal gab. Ich lege diese Hand nicht dafür ins Feuer, dass das alles noch hundertprozentig aktuell ist, sind zunächst mal naturwissenschaftliche Grundlagen. Dazu gehört leider ein wenig Mathematik. Da hatte ich ja persönlich meine Schwierigkeiten damit. Wobei da ein deutlicher Trend zu erkennen ist, dass es deutlich weniger Mathe in forstlichen Studiengängen gibt, wie das früher der Fall gewesen ist. Teilweise gibt es auch gar kein klassisches Mathematik. Höhere Mathematik heißt der Kurs dann meistens. Gibt es zum Teil gar nicht mehr. Stattdessen dann nur noch ein wenig Statistik. Ein bisschen Statistik muss man in jedem Fall beherrschen. Das muss man auch an der FH so ein wenig können, weil irgendwelche statistischen Zusammenhänge erkennen und auch darstellen können. Ist halt eben nun mal wichtig für jeden, der irgendwie studiert hat. Kann natürlich auch sein, dass man das etwas intensiver lernen muss, wenn man dann wirklich in die Wissenschaft gehen möchte. Dann ist natürlich Statistik ein sehr wichtiges Thema und ein sehr leidiges Thema. Und ich kenne eigentlich kaum jemanden, dem das wirklich Spaß macht. Aber ja, das auf jeden Fall zum mathematischen Teil. Sofern es noch normale Mathe-Vorlesungen gibt, dann braucht man die für sein weiteres Leben im Forstbereich. Wirklich nur ganz, 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 ganz minimal bis überhaupt nicht. Also wenn ihr Mathemies seid, ist das jetzt kein Grund, sich jetzt unbedingt vom Forststudium fernhalten zu wollen. Dann hätten wir die Chemie. Die wird oft unterteilt in anorganische und organische Chemie. Teilweise gibt es noch extra Vorlesungen für Holzchemie. Ja, das ist sicherlich eins der Fächer, wovon viele Anfängerstudenten einen gewissen Respekt vorsichtig ausgedrückt haben. Und das ist auch sicherlich oft eine der Prüfungen, bei der relativ viele Leute durchfallen, weil es ist halt nun mal nicht ganz einfach. Und insbesondere dann nicht, wenn es halt eben auf ordentlichem akademischen Niveau stattfindet. Es ist ja auch so, das muss man noch mal dazu sagen vielleicht, dass der Anteil an Chemie, den jeder in der Schule gehabt hat, halt stark variiert. Wer ein Abi hat mit sehr viel Chemie und da vielleicht einen Leistungskurs, sofern man in einem Bundesland lebt, in dem es einen Leistungskurs überhaupt gibt, ja, da halt eben hatte, dann würde man sich da entsprechend ein bisschen besser auskennen. Oder zum Beispiel in Baden-Württemberg gibt es ja auch berufliche Gymnasien, die irgendein bestimmtes Thema haben, zum Beispiel ein ernährungswissenschaftliches oder ein biotechnologisches Gymnasium. Da kriegt man auch ein vollwertiges Abitur. Die Fächer sind halt da eben entsprechend in eine gewisse Richtung spezialisiert. Und ja, mit Biotechnologie hat man schon relativ gut bei Chemie was weg, hat auch ein bisschen was zu Biologie gelernt. Zellbiologie vor allen Dingen und Genetik und so ein Krempel, aber auch natürlich im ernährungswissenschaftlichen Bereich. Da spielt ja auch die Physiologie. Also Physiologie ist der Fachbegriff für das, ja, das technische wie ein Organismus funktioniert, wenn man so möchte. Also die Funktionsweise von Organismen. Es gibt auch immer oft gewisse Grundvorlesungen zum Thema Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre. Das ist teilweise kombiniert, teilweise einzeln, teilweise ein bisschen mehr, teilweise ein bisschen weniger. Das variiert alles sehr. Aber zumindest so grundsätzliche Funktionen von unserem Wirtschaftssystem, das wir haben, das wird relativ häufig auch noch gelehrt, dass man das mal gehört hat. Dann ist natürlich für den Förster zu einem gewissen Anteil und für den Forstwissenschaftler natürlich sowieso auch Meteorologie interessant, beziehungsweise Klimatologie. Also Wetter und Klima. Übrigens Klima ist eigentlich nur ein Begriff für langfristiges Wetter. Also langfristige Veränderungen der Witterung. Das ist ein mittelfristiger Begriff. Und Wetter ist tatsächlich immer das, was aktuell, tagesaktuell bis hin zu drei Tage, wenige Tage stattfindet. Über einen längeren Zeitraum vom Wetter reden, dann redet man von der Witterung. Und wenn man über einen ganz langen Zeitraum vom Wetter redet, dann redet man halt eben vom Klima. Das nur mal am Rande angemerkt. Das ist auf jeden Fall auch was, was eigentlich, glaube ich, überall irgendwie vorkommt. Das sind halt so die wesentlichen Rahmendinger, die man irgendwie überleben muss. Und teilweise ist noch Physik dabei. Allerdings muss man schon sagen, dass Physik für den Förster wirklich nur ganz wenig Bedeutung hat. Ich selber habe da auch schon wieder alles vergessen, was wir diesbezüglich mal gelernt hatten. Und das, was ich jetzt noch an Physik weiß, das stammt eher aus der Schule, als dass ich das noch aus dem Studium irgendwie behalten hätte. Ist natürlich auch interessant. Und so die grundsätzlichen Funktionsweisen der Physik sollte man vielleicht schon so ein bisschen beherrschen, so ein bisschen Kräftelehre, so ein kleines bisschen Thermodynamik, was man halt gar... Ja, ein Hauchoptik. Ein Hauchoptik kann auch nicht schaden, aber viel mehr braucht man dann eigentlich auch wirklich nicht mehr. Ja, und dann geht es relativ bald auch in die etwas forstlicher angehauchten Disziplinen. Das ist dann oft eine etwas forstspezifische Biologie, die sich oft noch aufspaltet in Einzelvorlesungen zu Botanik und Zoologie, also Pflanzen- und Tierkunde. Und ja, klar, die Pilzkunde spielt auch noch eine gewisse Rolle. Allerdings ist in den meisten forstlichen Studiengängen das Thema Pilz unter der Pathologie abzulegen, weil, also nur um, da geht es um Krankheitserreger, also pathogene Pilze, diejenigen, die wirtschaftlich halt eine Rolle spielen. Soweit ich weiß, hat kein forstlicher Studiengang irgendeinen Kurs zu Speisepilzen. Wenn doch, dann nur freiwillig und weil irgendein Professor da Spaß dran hat, da noch einen Zusatzkurs quasi auf eigener Regie anzubieten. Aber es ist meines Wissens nicht wichtig, in irgendeinem Studium zum Beispiel ein Champignon erkennen zu können oder einen Knollenblätterpilz. Irgendwo machen sie dann halt irgendwo Abstriche. Man kann halt einfach nicht in, sagen wir mal, fünf Jahren, wenn man noch einen Master macht, alles zum Wald lernen. Das funktioniert nicht. Teilweise gibt es noch ein Genetikteil, dass auch das angesprochen wird. Früher gab es zum Teil auch noch spezifische Forstgenetik, dass die explizit angesprochen worden ist. Das ist nämlich ganz interessant, im Rahmen der Forstpflanzenzucht auch. Durchaus kommt es mal vor, dass der eine oder andere Baum, den wir draußen dann in den Wald setzen, eine gewisse züchterische Veränderung durchlaufen hat. Im Vergleich zu Getreide beispielsweise ist die züchterische Veränderung von Waldbäumen allerdings wirklich minimal und man arbeitet meistens nur mit speziellen Herkünften, dass man jetzt sagt, ich pflanze Douglasien aus Stadtwald Freiburg bei mir und nicht Douglasien aus meinetwegen Ansbach bei Nürnberg in Bayern. In der Richtung wird ein bisschen variiert. Man züchtet aber jetzt nicht spezielle Kreuzungen aus der Ansbacher und der Freiburger Douglasie zu Recht, zumindest noch nicht. Und der Praxis ist nicht so richtig. Man könnte aber schon. Und dann ist es natürlich noch ganz interessant, eben zumindest mal drüber nahezudenken und darüber Bescheid zu wissen, welche Rolle die Gentechnik denn in dieser Verwendung im Zusammenhang mit dem Wald eigentlich spielen könnte oder spielt. Letzteres kann ich beantworten. Sie spielt keine derzeit, aber auch das ist natürlich ein Faktor, der nochmal gehörig untersucht gehört. Einfach um die Risiken vielleicht auch besser abschützen zu können, die dabei entstehen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass jemand demnächst auf die Idee kommt, genfällige technisch veränderte Organismen im Wald ausbringen zu wollen, wo man sie halt wirklich überhaupt nicht kontrollieren kann. Auch das ist jedenfalls ein Aspekt der Forstwissenschaften. Er wird bei der Forstwirtschaft wahrscheinlich etwas zu kurz kommen. Also wer sich speziell für sowas interessiert, der kann dann auch wieder daraus schließen, dass er dann vielleicht eher an die Uni gehen sollte. Auch generell, wer sich mehr in die Bereiche Naturwissenschaften allgemein spezialisieren möchte, natürlich mit einem gewissen Anwendungsbezug. Forstwissenschaften haben immer auch einen Anwendungsbezug. Also es ist nie trockene Theorie. Wenn ihr einfach wirklich nur wissen wollt, wie funktionieren Pflanze und Tier, dann ist Biologie der richtige Studiengang. Einfache Biologie oder einen besonderen Wert auf Anwendungsbezug. Das haben wir in den Forstwissenschaften nie. Da ist immer ein Anwendungsbezug dabei. Es bezieht sich immer darauf, dass letztendlich ein Wald verstanden und bewirtschaftet werden soll. Oder dann halt eben entsprechend unter Schutz gestellt und die Bewirtschaftung eingestellt. Aber dann muss man vorher sich trotzdem damit auseinandersetzen, wie denn die Bewirtschaftung funktionieren würde, wenn sie denn stattfinden würde. Alles durchaus ganz wichtig. Ja, also wie gesagt, Biologie ein großer Punkt im Studium. Das variiert auch sehr stark, wie viel Wert darauf gelegt wird. Und innerhalb eben der Zoologie wird auch noch gerne unterschieden, eben zwischen, ja, allgemeiner Zoologie, war so ein Überblick über die verschiedenen Tiere, die es auf diesem Planeten denn so gibt. Und dann halt eben nochmal Wildbiologie, also Wildzoologie, Wildtierkunde, wie auch immer das jeweilige Fach dann in der entsprechenden Hochschule dann heißt. Das ist sicherlich natürlich auch nochmal wichtig für den Forster, weil er mit den Wildtieren doch nochmal erheblich mehr zu tun haben wird als der Forstwissenschaftler. Also da sind wir an der FH dann wieder in dem Bereich, wo wir auf jeden Fall mehr zu Wildtieren zu hören kriegen, als es an der Uni der Fall sein könnte. In der Regel. Immer nur so ganz grob, wie gesagt. Käfer spielen eine Rolle. Teilweise auch wieder in Verbindung mit der Pathologievorlesung, dass man nur Käfer kennenlernt, die für den Wald eine Rolle spielen, im Sinne von, die sind schädlich. Zum Beispiel der allseits beliebte Borkenkäfer, der Eps Typhographus, der sich da so gerne in die Fichten reinbohrt und die dann relativ schnell als Skelett zurücklässt. Dann haben wir einen ganz, 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 ganz wichtigen Faktor, der in so ziemlich jedem forstlichen Studium meiner Meinung nach deutlich zu kurz kommt. Man kann sich in dem Bereich dann oft freiwillig selber noch ein bisschen weiterbilden, aber also in zusätzlichen Kursen, die man belegen kann, aber nicht muss. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall ganz wichtig, erst mal so die Grundlagen der Bodenkunde gelernt zu haben. Gibt es sowohl an der EFA als auch an der Uni. An der Uni noch mal teilweise sehr viel ausführlicher. Einfach damit man weiß, worein man seinen Baum eigentlich pflanzt. Ohne einen vernünftigen Boden wächst nämlich keine Pflanze dieses Planetens. Die Grundlage von allem, was man irgendwie an Pflanzenmaterial anbauen kann, ist erst mal ein Boden. Das ist also einfach unendlich wichtig und ohne vernünftige Böden auf diesem Planeten könnten wir als Mensch auch überhaupt nicht überleben und schon gar nicht in der Stückzahl, wie wir jetzt gerade auf dem Planeten rumkreuchen. Man darf also eins auf keinen Fall tun, den Stellenwert der Bodenkunde unterschätzen. Die ist nach der Photosynthese wahrscheinlich so das Wichtigste, womit man sich auskennen möchte, wenn man generell wissen will, wie geht das eigentlich, dass eine Pflanze wächst. Aber persönliche Meinung. Ja, dann kommen wir aber auch irgendwann zu den forstspezifischen Fächern. Es ist oft eine kleine bis zu große Vorlesung, die man dann auch teilweise wieder individuell auswählen kann, im Bereich der Forstinformatik dabei. Das beschäftigt sich dann auch oft mit sogenannter Fernerkundung, also irgendwelche Informationsbeschaffungen aus Satellitenbildern, Luftbildern, also einem Foto, das vom Flugzeug aus aufgenommen wurde. Heutzutage wird jetzt langsam wahrscheinlich auch irgendwelche Drohnenfernerkundung eine Rolle spielen. Ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus und gehe nur davon aus, dass das wahrscheinlich irgendwann eine Rolle spielen wird. Und sogenannte geografische Informationssysteme, GIS, braucht eigentlich jeder Förster zumindest mal so ganz grob oberflächlich, dass er mal wenigstens so ein bisschen weiß, wie man damit umgeht. Es gibt viele tolle Möglichkeiten, was man damit machen kann. Auf dem GPS quasi einzelne Holzpolter, also da liegendes Holz, entsprechend gleich verorten, entsprechend gleich die Daten mit irgendwelchen Datenbanken abgleichen, am besten alles direkt im Wald mit dem Smartphone online, damit das sofort alles verbucht wird und jeder immer genau weiß, wo hat er welches Holz rumliegen, rumstehen oder ist es schon auf dem LKW oder schon im Särgewerk angekommen, dass da einfach eine möglichst hohe Transparenz herrscht. Das spielt in der forstlichen Logistik ein weiteres Fach, was man auf jeden Fall immer haben wird, eine ganz, ganz große Rolle. Das wirkt so ein bisschen zusammen. Auch wichtig ist selbstverständlich, damit man überhaupt erst mal irgendwo Holz hat, dass man fällen kann, die Waldwachstumsgrunde und die Waldinventur. Letztere ist wahrscheinlich häufiger in den wissenschaftlichen Studiengängen als in den normalen anzutreffen und auch die Waldwachstumsgrunde lässt sich auf einige wenige Grundregeln doch ganz gut runterbrechen, die man im Wald auch wirklich anwenden muss. Man kann das aber auch im theoretischen Bereich dann natürlich auch wieder mit einer gewissen wissenschaftlichen Ausrichtung an den Unis sehr intensiv betreiben. Da geht es halt einfach darum, die mathematischen Zusammenhänge, wie ein Baum wächst, welche Wachsgeschwindigkeiten denn so ein Wald haben kann, welche Funktionen da eine Rolle spielen und vor allen Dingen, Stichwort die Modellierung des Waldwachstums, dass man also versucht, aufgrund dessen, dass man so ungefähr weiß, wie das Waldwachstum funktioniert, neuerdings auch wirklich sehr gerne mit Computerprogrammen, grafische, digitale Wälder quasi hochwachsen zu lassen mit Daten aus der Realität, um eine möglichst gute Prognose zu bekommen, wenn ich jetzt diese oder jene Entscheidung fälle für diese oder jene Baumart, die ich in der und der Zahl da jetzt hinpflanze oder die und die Zahl von Bäumen, die ich da jetzt umsäge, wie wird sich mein Wald voraussichtlich in 30, 40, 50, 60 Jahren entwickeln und das kann man dann halt eben in diesen Modellen wunderbar rauskriegen und das wäre jetzt also ein aktueller Einsatz, wo die Waldwachstumskunde sehr fleißig dabei ist, Modelle zu erstellen. Generell ist das so eine wesentliche Aufgabe von eben solchen, ja, wachstumskundlichen Prozessen, Daten aus der Realität in Modelle übersetzen, die man dann wieder praktisch anwenden kann. Und hier liegt auch ein guter Unterschied, um zu beschreiben, wo wieder der Unterschied zwischen der Uni und der FH ist, weil die Uni entwickelt solche Modelle, die FH, die wendet sie nur an. Dabei wird es nicht so sehr darum gehen, wie man jetzt da drauf gekommen ist, wie diese Formel, die man jetzt zum Beispiel anwenden kann, um das Volumen eines Baumes zu bestimmen, eigentlich ursprünglich mal ermittelt worden ist. An der Uni spielt das sehr wohl eine Rolle und damit kann man wunderbar Studenten querern, inklusive mich. Und ich bin gerade überrascht, dass ich jetzt momentan gerade im Kopf so ratterratterratterratter mich da an einen ganzen Haufen Zeug erinnere, was ich jetzt potenziell alles erzählen könnte und muss jetzt mit zusammenreißen, das nicht zu tun. Überraschend. Ich habe nicht gedacht, dass ich da noch was von weiß. Ja, dann ein weiteres sehr wichtiges, großes Fach, was es auch überall geben wird. Es ist fast schon so das Kernfach für die FH aller. Ja, und ja, ein wichtiges, aber auch nur eins von vielen eben an der Uni, der Waldbau. Also wie bewirtschaftet man, ja, wie arbeitet man denn im Wald? Was macht man denn mit den Bäumen, um dann einen entsprechenden Bestand zu erzielen, den man dann im Endeffekt möglichst gewinnbringend verkaufen kann? Und zum Waldbau gehören zum Teil dazu Holzerntemethoden. Teilweise sind es auch einzelne Vorlesungen, dass man also eben den Aufbau des Waldes bis hin zu dem Punkt, wo er geerntet wird, im Waldbau behandelt und die eigentliche Holzernte in einem eigentlichen Fach. Letztere beschäftigt sich dann natürlich entsprechend mit Logistik, der Holzernte, dann natürlich auch den dazu einsatzkommenden großen, schweren Maschinen. Teilweise lernt man auch das Rücke-Pferd kennen, ob das denn jetzt nun eine Alternative im großen Maßstab sein kann oder nicht. Man setzt sich auch mit ganz, ganz alternativen Rücke-Verfahren, also Rücken heißt immer Holz von A nach B, aus dem Wald dahin, wo es abgefahren werden kann, ins Sägewerk bringen. Und zum Beispiel die Helikopterbringung, dass das Ding, ein einzelner Stamm wirklich am Heli unten festgemacht wird, der ein Kabel runterlässt und der fliegt es raus. Auch sowas ist was, womit man sich im Rahmen eines Logistikstudiums, Forstlogistik, Holzernte und Logistik, da gibt es verschiedene Namen, für die entsprechende Vorlesung eben, auseinandersetzen muss. Auch ein sehr spannendes Feld für manche Leute, so das Nonplusultra und der Hauptgrund, weshalb sie ihr Studium eigentlich überhaupt so machen, wie sie es machen. Für mich persönlich habe ich immer gedacht, das wäre scheiße langweilig, habe dann aber doch stellenweise feststellen müssen, dass das doch durchaus richtig spannendes Thema sein kann, wenn man sich da mal ein bisschen intensiver mit auseinandergesetzt hat und es auch in Verbindung mit eben den naturwissenschaftlichen und ökologischen Kriterien irgendwie, ja, die Verbindung herstellt. Und vielleicht noch an dieser Stelle noch die kleine Ergänzung, es ist generell grundsätzlich der tollste Moment im Studium, wie ich finde, wenn man eben das begreift, dass alles miteinander zusammenhängt und diese ganzen Verbindungen von erst mal relativ unterschiedlich klingenden Fachbereichen zu ganz anderen Fachbereichen, da das erkennt. Wenn man also sich erst mal Gedanken machen kann, okay, wenn ich mit dem Harvest in den Wald reinfahre und ich säge da Bäume um, was für Auswirkungen hat das denn, abgesehen davon, dass ich da Bäume umsäge und der Harvest da vielleicht jetzt nur 16 Euro pro Maschine eine Arbeitsstunde kostet, weil er wunderbar ausgelastet ist, solche ökonomischen Überlegungen, aber gleichzeitig kann man sich halt Gedanken machen, was stellt das mit dem Boden an, wo der Harvest da drauf rumfährt, wie könnte man das unter Umständen noch verbessern und welche Auswirkungen könnte das auf ein rein biologisches Thema wie eben die intraspezifische Kommunikation der einzelnen Baumarten untereinander haben und was bedeutet das dann wiederum für das Mykorrhiza-Närzwerk im Boden und generell den Stoffhaushalt im Wald, was hat das für Auswirkungen auf die nachhaltige Nutzung, auch oft ein Kurs, der diesen Namen trägt, ist gelegentlich dann noch dabei, der beschäftigt sich halt eben damit, wie man seinen Wald richtig plant, wie man richtig plant, die Menge von Holz, die man eigentlich ernten möchte, zu ermitteln, weil man darf ja immer nur so viel umschneiden, wie im gleichen Zeitraum auch wieder nachwächst, das ist so eines der eisernen Gesetze in der Forstwirtschaft und natürlich auch in der Forstwissenschaft, die nie gebrochen werden dürfen und somit beschäftigt man sich dann auch eben mit sowas. Generell ist Nachhaltigkeit ein ganz, ganz wichtiges Thema in jedem Forststudium, denn wer hat es erfunden? Die Förster. Streng genommen war es eigentlich ein Berghauptmann von Freiberg in Sachsen, ja. Hans Karl von Karlowitz heißt der gute Mann, der hat diesen Begriff ja wirklich nur mal ganz nebensächlich in einem sehr, 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 sehr dicken Buch, wo er sich eben mit der wilden Baumzucht beschäftigt, mal eben in einem Nebensatz auf Seite 100 noch was. Ein einziges Mal hat er geschrieben, damit es eine nachhaltende Nutzung gäbe. Und daher aus irgendwelchen Gründen hat man diesen Begriff da rausgenommen und ihn jetzt weltweit eben bekannt gemacht. Im Englischen heißt das Sustainability, glaube ich. Ja, doch. Und beziehungsweise Sustainable Development ist so ein Begriff, der ganz, ganz oft auch im internationalen Zusammenhang verwendet wird. Und da steckt die Nachhaltigkeit natürlich auch drin, dass man eben eine Entwicklung vorantreiben möchte, die anders, als man das bisher gemacht hat, versucht verantwortungsvoll mit den Ressourcen umzugehen und eben weg von der Ausbeutung, wie es halt eben in der Menschheitsgeschichte bisher so üblich war. Damit sind wir bei der Politik, denn auch internationale und nationale Umweltpolitik spielen eine große Rolle in einem forstwissenschaftlichen Studium und werden auch garantiert in einem forstwirtschaftlichen Studium zumindest mal angerissen und ein bisschen diskutiert werden. Da muss man sich schon ein bisschen auskennen, weil man ja auch immer eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit betreiben muss, sei man jetzt nun Förster oder eben entsprechend Wissenschaftler, wobei man sagen muss, der Förster hat wahrscheinlich mehr mit der Öffentlichkeit zu tun, als ein Forstwissenschaftler, der in seinem Elfenbeinturm hockt und da irgendwie forscht und niemand, jemand, einen anderen Menschen, der nicht Wissenschaftler ist, zu sehen bekommt. Gefühlt kann so ablaufen und das ist noch nicht mal übertrieben, solche Fälle gibt es tatsächlich. Ja, also wie gesagt, die Forstpolitik auch ein großer, wesentlicher Faktor. Jagd und Waffenhandhabung und solche Sachen sind an der EFA erheblich ausgeprägt, da ist an den Universitäten zu finden. Da gibt es das auch, aber teilweise sind es auch nur Wahlfächer, die man gar nicht belegen muss. Ich habe ja selber eben den jagdlichen Kempel bis auf die Theorie und die ganzen Hintergründe, die ökologischen Hintergründe der Jagd und so weiter. Den praktischen Teil, wie man jagt, den habe ich jetzt persönlich für mich gänzlich ausgeblendet. Davon habe ich bekennend keine Ahnung. An der EFA müsste man sowas dann noch dazu lernen. Ja, dann gibt es noch so wichtige Fächer wie Waldpädagogik, die man belegen kann, die aber ganz oft halt eben keine Pflicht sind. Wenn man also eben jetzt weiter Wissen zum Wald vermitteln möchte, dann kann man das da lernen. Kann man auch sein lassen und intuitiv so machen, wie man das für richtig hält, so wie ich. Ich habe nur einmal einen ganz kleinen Grundkurs zur Waldpädagogik gehabt, habe dann festgestellt, das ist mir alles zu viel Ringelbeats mit anfassen. Ich mache das lieber auf meine eigene Art und versuche halt dann eben Begeisterung durch Begeisterung weiterzugeben, in der Hoffnung, dass das besser funktioniert als irgendwelche super toll, die da durchdachten didaktischen Methoden blablabli blub blub blub. Habe ich in der Schule schon nicht gemocht, wenn da irgendjemand da herkam und irgendwie irgendwelche unglaublich tollen durchdachten Unterrichtseinheiten irgendwie vorstellen wollte, wo man dann ganz toll mitmachen, das war mir einfach immer zu blöd. Am besten gelernt habe ich, wenn da vorne ein Lehrer stand, dem ich geglaubt habe, dass er Ahnung hat und der hat mir was erzählt und dazu noch ein paar bunte Bildchen gezeigt und noch ein bisschen was an die Tafel geschrieben, aber größtenteils halt einfach was erzählt, das erklärt Frontalunterricht, das was heutzutage keiner mehr haben will und was ja also furchtbar schrecklich gilt, das war für mich eigentlich immer das Beste. Dementsprechend sind meine Videos in der Regel auch genau das eigentlich, letztendlich. Naja, aber ich schweife schon wieder ab. Ja, die jagdlichen Geschichten, wichtig ist selbstverständlich auch noch die Vegetationskunde, also die Wissenschaft, von der die Hälfte dieses Bücherregals hier handelt, spielt für Förster auch eine große Rolle, weil man anhand der pflanzensoziologischen Methode und der gerade vorherrschenden Pflanzengesellschaft ganz wunderbar ablesen kann, welche Baumart kann ich denn hier jetzt immer pflanzen, die garantiert hier auch wirklich gedeihen wird. Das sieht man zum Beispiel daran, dass am Boden irgendwo so eine völlig unscheinbare Pflanze wie die weiße Heimsimse rumsteht, weil wenn das der Fall ist, dann kann man sich schon mal relativ sicher sein, dass das hier auf jeden Fall ursprünglich ein Buchenwald wäre. Also hier jetzt eine Buche hin zu pflanzen, die hätte sehr gute Chancen, dann auch zu einem entsprechend großen, alten, stabilen Waldbestand zu werden. Natürlich nicht aus einer Buche, aber mit mehreren würde das dann funktionieren. Im Bereich BWL gibt es übrigens auch noch spezialisierte Forst-BWL, die sich gerade eben mit Kalkulationen, ja mit wirtschaftlichen Kalkulationen über extrem lange Zeiträume auseinandersetzt. Gibt so auch in keinem anderen Wirtschaftsbereich, dass man irgendwelche, ja Gewinn- und Verlustrechnungen und was da alles gibt, das habe ich jetzt größtenteils vergessen, aber sowas berechnet man ja normalerweise übers Kalenderjahr, vielleicht mal über zwei, drei Geschäftsjahre, dass man da irgendwie versucht, irgendwelche Prognosen hinzukriegen. Man denkt im Forst generell nur in Jahrzehnten, in Jahren rechnet da man wirklich nur auf ganz kleiner Ebene so ein bisschen rum, aber wirklich denken tut man immer in Jahrzehnten und im Hinterkopf behalten und langfristig planen muss man über Jahrhunderte oder zumindest 80 oder 60 Jahre, 60 ist noch so das Kürzeste, was man an Umtriebszeiten im normalen Wald eigentlich erreichen kann, in denen man halt dann eben auch wirtschaftlich rechnen muss. ist ein historisch sehr interessantes Fach, auch die Forst BWL. Doch, spannender, als man denkt. Das klingt jetzt erstmal langweilig, aber wenn man da einen guten Professor hat, den ich hatte, habe ich zuerst gedacht, hätte ich nicht, habe ich dann aber im Lauf des Studiums gelernt, dass ich doch einen hatte und je mehr ich das begriffen habe, desto mehr Spaß hat mir das gemacht und inzwischen, ich würde mich gerade nochmal in die Vorlesung hocken wollen, jetzt mit dem entsprechenden Hintergrund wissen, dass das alles Sinn macht, was der Mann erzählt. Man muss ihm nur erstmal ein paar Jahre lang zuhören und dann, dann kriegt man den großen Zusammenhang und dann gibt es wirklich richtig Sinn. Auch so ein Moment, wo man sich dann im Studium denken kann, oh, jetzt macht das alles total Sinn, jetzt ist das alles ganz, 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 ganz toll. Also, wie gesagt, an sich Vorstudium großartig, kann ich nicht oft genug sagen, wenn man den entsprechenden Hang dazu hat und einem das, was ich hier jetzt so ganz grob mal umreiße, tatsächlich irgendwie interessant vorkommt. Forst Geschichte spielt zum Teil noch eine Rolle, es ist oft nur noch ein ganz kleines Fach. Ich persönlich finde es ja extrem wichtig und auch extrem spannend, aber ja, wie gesagt, es ist halt auch jetzt wirklich nicht so unglaublich komplex und relevant, dass man sich da jahrelang mit auseinandersetzen müsste, kann man natürlich, muss man aber wirklich nicht, das muss ich ja leider zugeben. Für die Anwendung draußen in der Praxis im Wald ist es selbstverständlich relativ egal, ob man weiß, wo die jeweiligen Waldbauverfahren jetzt historisch eigentlich herkommen, wer die erfunden hat, ob es jetzt der Geier war oder der Kotter oder der Hartig oder ja, irgendjemand anders, der altvorderen großen Waldmeister, die wir alle an schönen Gemälden an der Wand verehren. Wenn man in Tarant studieren möchte, also an der TU Dresden, dann gibt es auch fast jedes Gebäude, in dem irgendwelche Uniaktivitäten stattfinden, hat den Namen irgendeines berühmten Forstwissenschaftlers aus Tarant. Und in Tarant gab es eigentlich fast nur berühmte Forstwissenschaftler, also zumindest in der Anfangszeit der Forstwissenschaften. Ach ja, ich komme in Schwärmen. Ja, zu den Fächern soll es das gewesen sein. Ich habe mit Sicherheit noch einzelne Aspekte vergessen, aber das ist ja auch nicht unbedingt notwendig, dass ich jetzt alles aufzähle. Das ist ja schon jetzt ein ewig langer Monolog zu diesem Thema gewesen. So, jetzt nochmal der Hinweis. Wenn ihr mir bis hierhin immer noch aufmerksam habt folgen können, liebe junge Zuschauer, dann habt ihr schon mal eine gewisse Eignung für ein Studium durchaus unter Beweis gestellt, weil langen Monologen einer langsam vor sich hin quatschenden Person teilweise auch wirklich ohne besonders aufregende Bilder im Hintergrund. Das muss man halt eben abkönnen und im Idealfall mag man das sogar. Wenn man das so richtig mag und damit richtig gut arbeiten kann und das als Spaß empfindet, sich sowas zu geben, dann ist man glaube ich auch eher an der Uni als an der FA richtig aufgehoben. Es sei denn, man möchte einfach Förster, auf jeden Fall Förster werden, dann halt wieder eben an die FA, wobei man dann potenziell halt eben auch noch die Eignung für die Uni haben kann. Das gibt es selbstverständlich auch, das habe ich vielleicht noch vergessen zu erwähnen, dass man im Prinzip für beides geeignet wäre und dann muss man sich halt für sich selber eben entscheiden, was man machen möchte. Vielleicht ist das auch ein Fall, wo man vielleicht an der Uni doch erstmal besser aufgehoben ist und dann tatsächlich einer dieser ganz wenigen ist, die aus dem Uni-Studium raus trotzdem den klassischen Förster machen wollen und das dann auch hinkriegen mit entsprechenden Qualifikationen, wenn ihr euer Uni-Studium entsprechend auslegt und dann halt einfach unglaublich gute Noten habt, dann kann auch euch auch das gelingen. Und damit sind wir dann beim Punkt Berufschancen. Da ist es jetzt schon so, dass man nicht sicher sein kann, wenn man ein forstliches Studium beginnt, dass man dann damit am Ende auch einen forstlichen Job haben wird. Das wäre einfach gelogen, wenn man sagt, ja klar, das ist überhaupt kein Problem. Das schafft jeder. Das stimmt nicht. Das schafft nicht jeder. Das kann durchaus mal in die Hose gehen. Ich weiß natürlich keine genauen Zahlen. Ich würde aber fast behaupten, dass so ungefähr ein Drittel bis die Hälfte der Absolventen nicht da landen, wo sie ursprünglich vielleicht mal davon geträumt haben, hinzukommen. Es mögen vielleicht sogar zwei Drittel sein, die letztendlich nicht dahin kommen, wo sie wirklich super gern hingewollt hätten, wenn wir das als Maßstab nehmen. Aber so genau kann man es nicht sagen. Und grundsätzlich gilt, das ist ganz, ganz wichtig, das sollte man sich auch immer vergewissern, die besten zehn aus einem Jahrgang, so ungefähr, die haben die Jobgarantie. Die kommen mit Sicherheit irgendwo unter, es sei denn, es sind Vollhorste bei der Bewerbung. Das kann natürlich auch passieren oder stellen sich sonst irgendwie total dämlich an, aber so rein vom Notenschnitt her wäre man unter den zehn Besten eigentlich mit ziemlicher Sicherheit irgendwo unter bekommen. Bah, der Satz hat nicht so viel Sinn gemacht, sollte aber klar sein, was ich meine. Ja, und damit ist die erste wesentliche und wichtige Aussage zum Thema Berufschancen mit einem forstlichen Studium, sei es nun der Förster oder der Forstwissenschaftler auch schon gemacht, die Besten gegen immer was. Also im Idealfall gehört hier zu den Besten. Jetzt ist natürlich lange nicht gesagt, dass nur weil ich das jetzt gesagt habe, das auch wirklich so kommen wird. Deswegen noch ein paar warnende Worte für die Normalsterblichen, die halt eben nicht zu den Besten gehören werden. Für euch ist es natürlich jetzt relevant, wieso die Chancen für einen durchschnittlichen Absolventen eines, also ein bisschen überdurchschnittlich bis ein bisschen unterdurchschnittlich so irgendwo dieser, dieses, dieses, dieser Spektrum, wie da die Berufschancen denn stehen, erst mal Förster werden, also der FH-Bereich. Da muss man sagen, ihr habt da Förster gelernt. Es gibt außer dem klassischen Försterberuf nicht so unglaublich viele andere Verwendungsmöglichkeiten. Auf dem Papier, ja, auf dem Papier könnt ihr so ziemlich jeden Umweltberuf machen, ganz viele Berufe, die irgendwie im Entferntesten was mit Wald zu tun haben. Auf dem Papier könnt ihr euch da überall drauf bewerben. Aber, da ihr sowieso nicht zu den 10 Besten eures Jahrgangs gehört, von denen reden wir ja nicht, die haben wir ja schon abgehakt, die haben irgendwas gefunden, was sie wahrscheinlich sogar haben wollten. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass sich irgendjemand anders, der was studiert hat, was auf diesen speziellen Beruf jetzt besser passt, auch auf diesen Beruf bewerben wird und dass der dann halt eher die Zusage bekommt, als ein Jahr im erweiterten Bewerberfeld könnte auch ein potenzieller Förster, ein potenzieller Mensch sein, der auf diesen Job passt. Das ist natürlich halt eben nicht so gut, wie wenn es zum Beispiel um eine Umweltbildungsgeschichte geht, dann hat vielleicht jemand Umweltbildung studiert. Ich habe keine Ahnung, ob es diesen Studiengang gibt. Studiengänge mit Umwelt schießen die Pilze aus dem Boden. Da gibt es zigtausend verschiedene, gefühlt mittlerweile und man kann auf jede mögliche Stellenausschreibung irgendwo einen Studiengang finden, der darauf erheblich besser passt als Forstwissenschaften oder Forstwirtschaft. Und das ist halt eben so ein generelles Problem, wenn man jetzt nicht der klassische Förster werden möchte, einen FA-Abschluss hat oder einen Uni-Abschluss hat. Es gibt für die jeweiligen spezifischen Berufe oft immer noch einen noch besser spezialisierten Studiengang. Auch der Forstwissenschaftler wäre qualifiziert, auch der Forstwirtschaftler wäre auf dem Papier qualifiziert, aber es kommt wirklich ganz stark auf den Einzelfall an, ob man da wirklich die beste Wahl ist. Unabhängig davon, ob man jetzt großartige Noten hat oder halt eben nicht. Beispiel, eine Stelle, die ausgeschrieben ist, da braucht man einen Doktoranden für ein bodenkundliches Thema. Da wird also jemand gesucht, der da seinen Doktor machen möchte. Natürlich sind da jetzt Forstwissenschaftler qualifiziert, weil sie generell, es geht um einen Waldboden, da sich natürlich mit dem ganzen Wald drumherum wunderbar auskennen und so weiter und so fort und natürlich auch ein gewisses Maß an bodenkundlichem Know-how mitbringen. Aber wer den Job am ehesten dann vielleicht doch bekommt, ist ein gelernter Geoökologe oder ein Geologe oder sogar tatsächlich ein Geologe mit Schwerpunkt Bodenkunde. Der ist halt für die eigentlich den bodenkundlichen Aspekt halt nochmal erheblich besser qualifiziert als ein Forstwissenschaftler, der das auch zwar gelernt hat, aber halt noch 7000 andere Sachen, die hilfreich sind, aber nicht zwingend notwendig. Und das ist halt auch so ein Ding, ne? Man muss sich schon irgendwie spezialisieren. Und da ein forstliches Studium immer, immer ein sehr generelles Studium ist und es wenig bis keine Spezialisierung in irgendeiner bestimmten Ecke gibt, macht es das halt eben nochmal ein bisschen schwieriger, mit jemandem zu konkurrieren, der einen entsprechend gerade in diese Richtung schon an einen vom Studiengang her spezialisierten Abschluss hat. Das ist ein generelles Problem. Für alles außer den Förster, weil nur der FH-Student, der da studiert hat, hat quasi wirklich auf einen spezifischen Beruf studiert, nämlich eben Revierförster. Und da ist es auch so was, da kann man sich ganz wunderbar streiten und da muss ich leider sagen, das ist mir sogar auch schon passiert, ob die Chancen da jetzt nun gut oder schlecht stehen. Man kann da mit einer pessimistischen Einstellung oder einer optimistischen Einstellung rangehen und ich versuche es, so gut ich es irgendwie hinkriege, neutral. Eigentlich bin ich eher skeptisch, aber die Sache ist die, wenn man Förster werden möchte, dann sollte man so schnell wie möglich jetzt ein Studium beginnen und nicht erst später, weil gerade werden wieder Förster gebraucht. Das liegt daran, dass die aktuelle Förster-Generation, die gerade so im Wald rumspringt, die sind alle mehr oder weniger gleich alt. Es ist alles diese Baby-Boomer-Generation und das heißt, die gehen jetzt auch alle mehr oder weniger gleichzeitig in Pension. Soll heißen, es werden schlagartig jede Menge Försterstellen frei. So, also sprich, eigentlich ideale Bedingungen. Das Doofe ist jetzt nur, das muss man aber aus realistischen Gründen auch sagen, dass dieser Zustand bald kommen wird, hat man schon vor zehn Jahren gewusst. Und vor spätestens fünf Jahren haben sie es auch jedem Studenten erzählt und auch in entsprechenden Vorbereitungskursen auf ein Försterstudium hat man auch gesagt, wenn du jetzt anfängst, Försterstudieren, dann rutschst du genau in diesen Korridor rein, wo jede Menge freie Stellen eben verfügbar sind als Förster. Und das stimmt ja auch. Aber das Doofe ist halt, in Anführungszeichen, man sagt es jetzt immer noch. Und ich frage mich halt, wie lange kann man denn das den Studenten, den neuen potenziellen Studenten erzählen? Wie lange stimmt das denn noch? Weil dieser Korridor, der ist ja beschränkt. Irgendwann ist der ja auch wieder zu. Und wenn dann tatsächlich mal die alle neu entstehenden Stellen besetzt sind, mit jungen Leuten, dann hat man nämlich das Problem, wenn man dann erst mit dem Studium fertig wird, nachdem das eben passiert ist, dass es dann für viele, viele, viele Jahrzehnte, sofern nicht neue Försterjobs geschaffen werden, das wäre dann ein politisches Thema, auf das ich jetzt nicht sonderlich neu großartig ausführlich eingehen möchte. Ja, aber sofern das halt eben nicht passiert, kann man sich ziemlich sicher sein, dass man in den nächsten 30, 40 Jahren keinen Försterjob mehr bekommen wird, weil dann ja wieder alle Förster ungefähr gleich alt sind und alle Förster ungefähr gleich jung vor allen Dingen. Wenn die sich also nicht gegenseitig abschießen, und das tun sie in der Regel nicht, dann kann man halt eben davon ausgehen, dass die Berufschancen danach, nachdem der Korridor wieder zu ist, ganz hundsmiserabel sein werden. So, und jetzt fühle ich mich nicht in der Lage einzuschätzen, wie lange besagter Korridor eben noch offen sein wird. Es gibt von verschiedenen Forstverwaltungen, Landesforstverwaltungen, also die jeweiligen Landeswälder der Bundesländer, verschiedene Systeme, wie sie jetzt mit dieser Situation umgehen. Manche strecken quasi das Ganze, stellen bevor alle in Rente gehen, schon vorsorglich ein paar Leute ein, stellen danach noch ein paar Leute ein und strecken halt quasi, die verbreitern damit sozusagen den Einstellungskorridor, den Zeitraum, in dem eingestellt werden kann. Aber das kann man halt auch nicht beliebig ins unendliche Strecken. Wieder andere sagen, ja, wir machen das relativ kurzer Folge, wir hauen dann im Jahr, von mir aus 2018, irgendein fiktives Beispiel, könnt ihr euch was aussuchen, ich weiß halt eben nicht genau, wann das sein wird, aber sagen wir mal, im Jahr 2018 hauen wir 40 neue Stellen raus und dann können sie 40 Leute, keine Ahnung, nicht nur 40 Leute bewerben, sondern bestimmt 300 und von denen nehmen wir halt die 40 Besten und ja, und danach war es das. Dann haben wir dann quasi all unsere freien Stellen wieder entsprechend besetzt. Jetzt so ganz extrem wird das wahrscheinlich niemand machen, Also da braucht man sich jetzt keine Sorgen machen, dass man dieses eine Jahr da großartig verpasst. Irgendwie strecken tun es halt dann eben doch die meisten. Man müsste halt aber jetzt wirklich jemanden fragen können, der da genau drin steckt in diesem Prozess, der die genauen Zahlen kennt, der exakt weiß, wie viele Förster werden in welchem Jahr gebraucht, weil er genau weiß, es gehen in Jahr XY so und so viele in Rente. Naja. Aber nochmal, jetzt in einem undefinierbaren Korridor jetzt ist der richtige Moment, um Forstwirtschaft zu studieren und Förster zu werden, weil jetzt welche gebraucht werden. Eigentlich. Aber mit dem Risiko eben, dass ihr vielleicht für euer Studium dann doch zu lange braucht, wenn ihr jetzt anfangt und der Korridor bis dahin zu ist. Das kann passieren. Und ich habe keine Ahnung, ob das passieren wird. Das weiß ich einfach nicht. Und das traue ich mir nicht zu sagen. Und was man dann auch noch an Pessimistischem anmerken müsste, es gibt eine relativ hohe Zahl an Forststudenten. Doch. Man glaubt immer, da studieren ja nicht so viele. Aber doch, es sind schon einige. Es war in den letzten Jahren eigentlich fast immer so, dass es in den jeweiligen Uni-Studiengängen zumindest, ich kann zu den FH, weiß ich es nicht, das kann ich einfach nicht sagen. Aber es werden auch nicht so ganz wenig gewesen sein. Aber bei den Uni-Studiengängen haben an fast allen Universitäten jedes Jahr so ungefähr 100 Leute angefangen. Es waren mal ein bisschen mehr, es waren mal ein bisschen weniger. Aber da es 1, 2, 3, 4 forstliche Universitäten gibt, sind das schon mal 400, mindestens eben 400 Uni-Erstsemester pro Jahr. Und dazu kommen dann halt nochmal eine dunkle Ziffer von sicherlich auch auf jeden Fall nochmal 300. Ich glaube, irgendwo habe ich auch mal gehört, es werden so um die 1.000, die pro Jahr irgendwie ein Vorstudium anfangen. So ganz über alles gerechnet. Also so 700 bis 1.000 sagen wir jetzt einfach mal Erstsemester im Forstbereich gibt es jedes Jahr deutschlandweit. Davon werden vielleicht die Hälfte fertig. Vielleicht auch nur 40%. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, wo man jeweils guckt. Und das variiert alles sehr stark. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir hätten einen super tollen Jahrgang, wo wirklich die Hälfte das durchzieht und fertig wird und zumindest mal einen Bachelor macht und damit halt eben für den Försterposten qualifiziert wäre. Im Jahr haben wir ganz bestimmt keine 500 offenen Försterstellen. Mit Sicherheit nicht mal ansatzweise. Das mögen vielleicht in einem großen Bundesland wie Bayern in einem richtig guten Jahr vielleicht mal 30 freie Stellen sein. Und in entsprechend kleineren Bundesländern sind es entsprechend weniger. Und in einem nicht sehr waldreichen, zwar großen, aber nicht sehr waldreichen Bundesland wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, da gibt es auch nicht allzu viele Förster, die da notwendig sind. Ganz, ganz, ganz grob gesagt, wenn das jemand besser weiß, ein Kollege, dann möge er mich bitte korrigieren. Ich habe mich jetzt so intensiv mit der Thematik auch nicht auseinandergesetzt. Aber dann könnt ihr euch einfach eben selber ausrechnen, wie da selbst, wenn jetzt vergleichsweise viele Förster gebraucht werden, eure Chancen stehen, wenn hier einer von, na, lass es 400 Absolventen sein, die sich auf maximal vielleicht 60, 70 Stellen im Jahr bewerben. Und dazu kommen ja noch Leute aus dem Vorjahr, die sich auch, die da nichts gefunden haben und sich dann auch auf diese 60, 70 Stellen bewerben. Man kann also durchaus davon ausgehen, dass man vielleicht auf eine öffene Försterstelle, wenn sich jemand auch wirklich auf jede offene Försterstelle bewirbt, hat, dass da 1000 Bewerbungen pro Stelle einfliegen werden. Und ja, die Leute, die schon länger nach dem Job suchen, haben in der Zwischenzeit vielleicht schon Berufserfahrung anderer Art gesammelt. Das ist ein wesentlicher Plus, den ihr als frisch von der Uni kommender Absolvent eben nicht habt. Vielleicht hat jemand die Zeit genutzt und hat noch zusätzlich eine Ausbildung zum Forstwirt gemacht. Jemand, der gleichzeitig Förster und Forstwirt ist, ist eine extrem wertvolle Arbeitskraft für den Wald, weil der kennt beide Seiten der Medaille und so jemand, der hat euch was voraus. Sind so Sachen, die man da halt eben bedenken muss und ich will damit halt einfach nur ganz vorsichtig warnen, dass man nicht davon ausgehen braucht, dass man eine 70%ige Chance hat, sobald man ein Vorstudium beginnt, dann am Ende für was dazu werden. So hoch ist es mit Sicherheit nicht und 50% sind es wahrscheinlich auch nicht. Und zu weiteren Zahlen lasse ich mich jetzt halt eben nicht hinreißen, man kann das eh alles nur spekulieren. So, dann kommen wir mal zu den Forstwissenschaftlern. Im forstwissenschaftlichen Bereich gibt es das Problem, dass ein Forststudium ja eine unglaublich breite Spektrum an möglichen Fachgebieten eben abdeckt und damit haben wir auch ein unglaublich breites Spektrum potenzieller Berufe, auf die wir uns bewerben können. Aber ich habe es ja schon erwähnt, darauf gibt es dann auch oft einen Spezialisten, der nichts anderes gelernt hat, als halt eben genau diesen Beruf, der halt dann eben besser geeignet ist als jemand, der noch, der hier so ein Bläschen hat, mit dem er für diesen Job qualifiziert wäre, aber noch so viel Zeug drumherum, was er eigentlich nicht unbedingt bräuchte, mit dem er also aus Sicht desjenigen, der diesen spezifischen imaginären Job anbietet, Schwachsinn ist, unnötige Zeitverschwendung quasi. Das ist so generell das große Problem des Forstwissenschaftlers. Deswegen sollte man auf jeden Fall versuchen, sobald man in einem Punkt des Studiums angekommen ist, so ab dem vierten Semester in der Regel, ab dem fünften Semester, also nach dem vierten Semester, im fünften Semester, so rum war das jetzt gemeint, dass man da dann anfängt, sich möglichst in irgendeine Richtung, in die man später auch arbeitstechnisch gehen will, jetzt zu spezialisieren. Weil sonst ist man der alles ein bisschen könnende Allrounder und damit für nur einen einzigen Job qualifiziert, weil es gibt nämlich genau eine Sache, bei der es hilfreich ist, von allem was zu wissen, Waldpädagogik. Also anderen Leuten was zum Wald erzählen. Da ist das die Qualifikation. Da hat man am besten wirklich von allem mal was gehört und kann zu allem was sagen. Jeder andere Job erfordert eine Spezialisierung. Das ist zumindest jetzt so meine Erfahrung mit der ganzen Thematik. Ja, und welche Jobs gibt es für Uni-Absolventen? Die, die tatsächlich ein bisschen häufiger sind, in dem Grundkranz, ganz, ganz, ganz breiten und unglaublich diversen Spektrum sind Wissenschaft. Das ist ja immer so, wenn man ein wissenschaftliches Studium absolviert hat, kann man damit logischerweise in die Wissenschaft gehen. Das machen auch durchaus eine gewisse Zahl von Leuten. Dann bietet es sich an, mit einem Masterabschluss dann, aber den braucht man dann auch, in den höheren Forstdienst zu gehen. Also der Chef vom FAA-Förster quasi zu werden und den ganzen Forstbetrieb zu leiten. Oder sowas in der Richtung. Irgendeine andere forstliche Untersuchungsversuchsanstalt zum Beispiel in irgendeiner leitenden Position leiten, irgendein Forstunternehmen leiten. Ich fasse es einfach als eine leitende Position in der Forstwirtschaft zusammen. Oft ist damit noch verbunden, dass man eine zusätzliche Ausbildung machen muss, die sich Referendariat nennt. Die braucht man, um dann wirklich in den Staatsdienst gehen zu können und wird dann aber auch, wenn man das dann schafft und dann hat man wieder einen Prozentsatz von so ungefähr 10%, dass man da dann wirklich übernommen wird. Teilweise auch weniger als 10%. Das hängt immer so vom jeweiligen Jahr ab. Ja, aber wenn man das dann mal schafft, was nochmal zwei Jahre eben dauert, dann wird man auch Beamter. Ja, und dann hat man ausgedient. Aber dass das halt eben klappt, das ist so ein gewisses Maß an Lotto. Es sei denn, man ist genial. Also diejenigen, die wir jetzt vorhin schon ausgeschlossen haben, weil sie ohnehin die 10 Besten sind ihres jeweiligen Jahrgangs, für die ist dann auch eben sowas durchaus eine Option, darüber nachzudenken, weil sie ja genial sind. Naturschutz ist auch nochmal ein großes und ein weites Feld, aber in diesem großen und weiten Feld werden auch relativ viele Forstwissenschaftler eingestellt und benötigt. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass noch erheblich mehr benötigt würden, als eingestellt werden. Aber ja, da hat mich niemand nach meiner Meinung gefragt. Und schon gar nicht irgendjemand, der dafür die entsprechenden Gelder bereitstellen könnte. Zum Beispiel die Bundesregierung oder ähnliches. Boah, das wäre aber cool, so Berater im Bundestag. Darf man da eigentlich einen Hut aufhaben, wenn man da was erzählt? Hm. Ja, ja, ja. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Faktor, eben der große Kanon des Naturschutzes. Da muss man aber auch wieder sagen, es gibt, wie ich es eben auch schon erwähnt habe, gefühlte 6 Milliarden Naturschutzstudiengänge, die auf solche Posten dann ähnlich gut wie ein Forstwissenschaftler qualifiziert werden, bis hin zu noch besser qualifiziert. Und ohnehin, im Naturschutz, das wollen ganz, ganz viele machen, ganz viele idealistische Gestalten, die das wirklich auch nur für ein Appel und ein Ei machen. Man verdient da generell nie gut. Also man kann immer davon leben, aber verglichen damit, was man mit der gleichen Zeit an Studium im BWL-Sektor verdient, ist das lächerlich, was der Naturschutz zahlt. Ähm, ja. Na, also das ist auch nicht einfach, da unterzukommen. Da gibt es also auch wirklich ganz, 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 ganz unglaublich viele Bewerbungen auf jede freie Stelle. Das ist so der Hauptfaktor, der einem da irgendwie ein bisschen im Wege stehen könnte. Ja, und dann kann man vielleicht nochmal hervorheben, innerhalb des großen Kanons der vielen diversen Besucher, die man mit Forstwissenschaften ergreifen kann, ist auch nochmal die Selbstständigkeit, was ein bisschen häufiger vorkommt. Dazu gehören dann die adeligen Söhne, die Waldbesitz eben entsprechend erben werden und dann von der Bewirtschaftung des eigenen Waldes leben können. Dazu gehören aber auch Leute, die eine eigene Holzfirma in irgendeinem Zusammenhang aufmachen, Spezialholz für irgendwelche Spezialzwecke liefern. Äh, ich habe mal einen Vortrag gehört von einem Absolventen meiner Uni, der, ja, eben vorbeigekommen ist, um mal zu sagen, was man denn potenziell alles mit diesem Studium eigentlich anfangen kann, der für Klangholz zuständig ist, der also Experte ist, einzelne speziell besonders gewachsene Bäume im Wald zu finden, deren Holz die Anforderungen für den Instrumentenbau perfekt erfüllt. Und diesen einen Baum, den kaufen sie dann. So ein einzelner Baum kann dann locker mal 10.000, 20.000 Euro kosten, wenn es dumm läuft. Ähm, ja, und daraus kann man dann ein paar Stradivari-Violinen zum Beispiel herstellen. Ähm, der Kauf und die Logistik solchen speziellen Holzes wäre ein möglicher Job, den man dann da machen kann. Es gibt dann zum Beispiel noch ein anderes Kuriosum. Es gibt genau zwei Leute in der Bundesrepublik, die mit absoluter Sicherheit Weiden bestimmen können. Also die Gattung Weide, der Baum, der oft am Fluss rumsteht. Man kann sich nie so genau sicher sein, welche Art ist denn das jetzt eigentlich exakt. Und wenn man das ganz exakt wissen will, ja, wie gesagt, zwei Leute in Deutschland können einem das ganz exakt sagen. Und da das nur zwei sind, können die von diesem winzig kleinen Wirtschaftszweig wohl irgendwie existieren. Ich weiß nicht, ob die noch irgendwas nebenher machen, aber ja, das nur mal so als Beispiel. Und mehr kann man dazu nicht sagen, weil es halt einfach ein unglaublich breites Spektrum ist. Ich kann das nicht oft genug sagen. Und ich war das so, 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 so oft gefragt. Und die Erstsemester jedes Jahr, das ist die erste Frage, die man gestellt bekommt. Und diejenige, die sich immer und immer und immer wieder wiederholt, was kann man denn damit machen, wenn man fertig ist? Auch die Berater vor dem Studium werden das immer gefragt. Und das ist die Nonplusultra-Frage. Aber kein Mensch kann es wirklich so hundertprozentig beantworten. Vielleicht weiß jemand das noch ein bisschen besser als ich. Das darf durchaus sein. Aber viel konkreter kann man da einfach nicht mehr werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, also, abschließendes Fazit. Soll man Forst studieren oder nicht? Ich würde ganz klar sagen, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr Begeisterung verspürt und das interessant findet und das richtig spannend findet, wie funktioniert der Wald, was kann man denn da alles mit anstellen und ihr euch den Job des Försters draußen im Wald als absoluten Traumjob vorstellt, dann studiert Forst. Wenn ihr nur, ach, ich weiß nicht, was ich studieren will, ach, dann mache ich halt mal Forst, mit so einer Einstellung an die Sache rangeht, dann lasst es verdammt nochmal sein und macht irgendwas, wo ihr eh sicherer einen Job bekommt. Weil es ist nicht hoffnungslos, einen Job mit forstlichen Studiengängen zu kriegen. Das ist es sicherlich nicht. Aber es ist halt auch wirklich nicht sicher und auch schon gar nicht einfach. Einfach ist es in keinem Fall. Deswegen, Leidenschaft dahinter ist, auf jeden Fall unbedingt riskieren. Ihr könnt nur gewinnen. Entweder habt ihr wirklich einen Haufen wunderbare Jahre, wo ihr ein ganz viel unglaublich spannendes Zeug gelernt habt und könnt euch euer Leben lang daran erfreuen, dass ihr das mal gelernt habt oder es klappt tatsächlich und ihr landet wirklich eben irgendwo in einem unglaublich interessanten, tollen Forst-Job. So, jetzt ist mein Akku leer und das war jetzt auch lang genug. Und wie gesagt, wenn ihr das jetzt alles zu Ende angehört habt, seid ihr definitiv qualifiziert für lange Monologe von euren Professoren. Ich wünsche viel Spaß im Studium und alles Gute und herzliche Grüße und macht's gut.